Hey Kids, das ist für euch. Habt ihr Bock auf Fußball? Seid zwischen 6 und 13 Jahre alt und wollt trainieren wie Profis? Ja, worauf wartet ihr dann noch? Unsere Fußballcamps gibt es in vielen Städten. Das ganze Jahr. Draußen wie drinnen. Es gibt sogar Extra-Camps, wie Torwartcamp, Mädchencamp und Powercamp. Hier kannst du richtig rocken. Wenn ich in jedem Fußball camp, wollte ich was lernen. Euer eigenes Trikot bekommt ihr auch. Das macht echt ein Rabocken aus euch. Hier geht's ab. Ihr lernt Fußball richtig kennen und viele Freunde dazu. Komm zum größten Club der Welt und werde dein Rabauke. Da brauche ich! Yippie, yippie, yaya, yaya! Copyright Untertitel NDR 2021